Stever, Tag 3, gell? Ja, Tag 3. Es regnet, also es hat geregnet. Es scheint nicht mehr die Sonne. Ihr seht das hier. Nee, man sieht es gar nicht so doll. Also ich laufe hier mit Olkas schönen Gummistiefeln rum. Ja, mhm. Ja, heute Nacht hat es geschüttet wie blöd. Das war heute Morgen in meinem Frühstück, als es auch geregnet hat. Sehr spannend. Robin? Er hat es irgendwie geschafft, trotz Gummistiefel seine Füße patschnass zu kriegen. Er hat einen Käfer gerettet und den dann überall auf sich rumkrabbeln lassen. Er hat ihn gerettet, er warf ein Gras und so. Ja, er hat ihn aus dem Gras gerettet. Und dann hat er ihn gerettet. Ja, wir haben jetzt seit... Oh, ja, diese Stiefel schon auch abenteuerlich aus. Wir haben jetzt seit, warte, 3 Tagen nicht mehr geduscht und geschritzt wie Schweine. Aber die ersten 2 Tage sind jetzt gerade nicht so. Ja, ja, ja. Ja, und ähm... Ich fühle mich wunderbar. Bald. Sie fühlt sich nicht wunderbar, aber ihr wart alles. Bei dir aber auch, Jessie. Nein. Nein? Ha. Gut. Auf jeden Fall. Ähm... Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Endlager. Kommt auch hoffentlich bald an. 3,4 Kilometer. 3,4 Kilometer, ja. Und... Ja, gestern haben wir uns übrigens verlaufen. Ja, das war's dann erstmal. Das ist aber schön da. Hui. So. Tschüssi. Tschüssi.